Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Nope, 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 nope. Oh, ich ist eigentlich mal tot. Ja! Und damit ein herzliches Willkommen zurück beim Let's Play von Happy Wheels. Die bereits 175. Folge. Und da es so eine schöne runde Zahl ist, die eigentlich gar nicht rund ist Egal, ich habe es geschafft, mich einzuloggen in Happy Wheels Und wir fangen jetzt auch sofort an mit dem Map-Voting Und zwar hat sich nämlich der Jakub Panitz gewünscht Trojan Ultimate Demon Club Und zwar vor zwei Wochen Sieben Maps hat er sogar Gewünscht Schon geil, schon geil Und damit fangen wir jetzt an Boah, welchen Charakter werden wir denn hier haben? Oh, okay Sie haben einen Oh nein, Avira hat einen Virus entdeckt Wir müssen versuchen, ihn zu besiegen Okay Wir suchen erstmal in C Also nach unten Okay Ich wollte eigentlich nur meine Den wegbringen Ikelhaft, was war das denn? Scannen Scannen Ja Okay Error Kritischer Kritischer Fehler Okay Ach du Scheiße Äh Booster Dann hier vielleicht Auch nicht Und hier Scheiße Nicht springen Okay Der Virus sieht echt widerlich aus Okay Okay Brächtig Leiser machen Mir brummen hier die Ohren weg Ey, das ist unglaublich Na Geschafft Geschafft Okay Äh Nochmal Ach Ja Äh Ignore Das tue ich eigentlich immer Wenn ich einen Virus habe Übrigens Ihr habt ja gesehen Dass Ich gehe wieder in C erstmal Ihr habt ja gesehen Dass Ich auf Nein Habt ihr vielleicht auch nicht Auf Facebook Ähm Also auf meiner Ach wenn das mal hier nicht so laut ist Auf meiner Facebook Page Äh Also MrNikonAimelPage Facebook Sonst was Findet ihr Ein Momentanes Voting In dem es darum geht Ob ich jetzt wieder Live Streams machen sollte Wenn ja Wie oft Regelmäßig Und wenn ja Was für Spiele Und 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 Also die ganzen Fragen Die könnt ihr dort Ähm Ja So gesehen Voten Und Ja Mir damit sagen Yo Ihr wollt Live Streams Oder nicht Und jetzt ist natürlich Die Frage Äh Ne Und so Ach Geh doch Komm Kaputt Okay Ah Verdammt Das ist nicht wahr Ja Ah Yes Ach Ach Wir haben den Virus entfernt Oh Verdammte Scheiße Warum passiert mir das immer an Oh Cool Cool Cooles Level 5 Sterne erstmal dafür Yeah Ich werde belohnt dafür Dass ich vote Wird auch mal Zeit Nicht wahr Äh Ja Aber wir sind im Voting Auf Facebook So Und was müsst ihr noch wissen Ähm Ach ja Äh Dann In den Kommentaren Mal auf der Facebook Seite schreiben Was für ein Game ihr da sehen wollt Einer hat schon geschrieben Er will Happy Wheels Tutorials Unter anderem sehen Oder wie ich als eine Map baue Äh Hab ich generell auch nichts gegen Wenn ihr das sehen wollt Und ähm Livestream wird dann so Ja Ich denke mal Ab nächste Woche Dann Nicht Gegen abends Werden Vielleicht doch Müssen sehen Also wir müssen uns noch auf eine Zeit einigen Wann das immer sein wird Äh Je nachdem man nicht Zeit hat Weil Diese Woche zum Beispiel Hatte ich mal so Gar keine Zeit Also da ging mal wieder gar nichts Okay Hier Geh auf zurück Nö Okay Testen Frage mich wo ich bin Irgendwie funktioniert hier gar nichts Ah Doch Da Hm Ich habe ein ungutes Gefühl Dabei Kein Error gefunden Alles klar Äh Maus weg Und testen Auch kein Error Ultimative Scan Wir haben ja Zeit Die Adress ist Completely clean Ah Ich Will Da Hoch Hoch Ich will wissen was da ist Dort ist ein Geheimnis Ich kann es spüren Ja So wie war das C war das Ne Ja ja C So Zack Nein Es war D Ich will Ich will wissen was da ist Geh mal zu da Sehr schön Dank Was ist das Tja Da funktioniert auch alles Ist ja langweilig Hier funktioniert ja alles Okay Auf zum nächsten Level Wurde angeschrieben Egal Auf zum nächsten Level Gespielt und nächste Map Sehr geile Möp übrigens So Ha Den hatten wir ja lange nicht mehr War Die Transporter LP Hat sich gewünscht Impossible Spike Fall Von Play My Level Silly Wer auch immer das ist Hm Ich hab übrigens was vergessen Ich stell ja immer meine Uhr ein Um zu wissen Wie lange ich noch aufnehmen muss Und Ach So ein Level Ach komm ey Das Ding mach ich doch mit One Hit Fuck 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 Boah Scheiße Ich 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 lebe noch Ich schaff das Oder auch nicht Oh oh Das ist zu knapp Moment Zu Schnell Oh das ist aber relativ Groß das noch Ah Verdammt Akten Power Okay Okay Jetzt aber Schön nach vorne lehnen Schön nach vorne lehnen Das sind Ah Immerhin war ich schon mal Auf dem PewDiePie Level Ähm Okay Schön nach vorne lehnen Die Aerodynamik Ah Nö Das ist doch nicht wahr Ihr wollt mich doch verarschen Oh nein Das war wieder Nein 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 Moment Nein Das war Kontrolle Superman Arschbombe Ja 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 Nein Nö Warum müssen wir uns denn an den Gedärmen auf Fangen Hm Leicht poetisch An den Gedärmen fange ich mich selbst auf Oh 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 Jetzt überlebt Schaff ich's jetzt Schaff ich's jetzt Scheiße Dreck Ich schaff das Ich hab's doch gesagt Auf zum nächsten Ich mag sowas eigentlich Also es gibt ja viel bessere Also Was heißt hier so Possible Jumps Und gibt's ja tausende Ist ja jetzt nicht sowas besonderes Also da würde ich jetzt nicht so hoch wohnen Aber gut Auf zum nächsten Level Der Kill King hat sich gewünscht Grab the Jet 2 von CastleCode92100 Und äh Die Hoch vor sieben Monaten Das ist auch schon ein bisschen länger her Übrigens ich hab gesehen Ähm Die Mads die ihr gewordet habt Die reichen jetzt für Vier Folgen Und Tod Oh Und das werden wir auch ausnutzen Ich werd jetzt versuchen wirklich an Puh Das ist echt hochgegriffen Aber ich glaub das wird euch ja freuen Jede Zweiten Tag In Happy Wheels Part raus zu hauen Oder ist das zu viel Machen wir lieber Jeden dritten Tag Also machen wir in der Woche zweimal In der Woche zweimal Klingt das gut Ja ihr wollt Ja dass ihr Jeden Tag Happy Wheels wollt Das weiß Ja Wie cool ist das denn Wie cool ist das denn Nope 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 Wo ist eigentlich mein Tod Ah Nein Okay Einfach denken es ist meine Frau Okay Fast Es geht fast Es ist wie meine Frau Das ist richtig cool Das ist so coooool Das muss ich nochmal machen Das Level ist geil Okay Oh Oh Konzentration Manchmal klappt es nicht Manchmal klappt es nicht Natürlich wieder Natürlich wieder noch eins gewünscht Und zwar 20 seconds Von Curry 1987 Also den absoluten Freak in Happy Wheels Der Maps baut Und so Oh Gott 20 Sekunden 20 Sekunden 20 Sekunden Okay Ich muss Hüah Verdammt Hüah Tja Tja Äh Hiya HA! HUAH! SO! Verdammt! STIE UP! Hey! WIE DER DENGEN! HA! WONT WIE I GENDS? 20 Sekunden! HA! Du kannst du... Oh nein, 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 nein! Aaaaaaah! Oh mein Gott! Okay. Off I know it's... HA! 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 OOOOH! Ich mach das kaputt! Ich mach das kaputt! HUAH! UPS! Nein! Es kommt näher! HA! Okay, das wird auch... GNO SARAH�icated... Okay, wir müssen schneller handeln... HA! Äh... Verdammt! Éh... Hä? Äh! Ja! Verdammte Scheiße! Boah! Holy moly! Äh... Zu weit? Nein! 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 Ich... Ich erreiche die letzten Stunden nicht! Nein! Nein! Du kannst mir gar nichts! Du kannst mir nichts! Du triffst mich nicht! Oh! Meine Arschbacken! Nein! 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 Oh! Zum Glück ist alles in Ordnung! Was soll denn? Da funktioniert gerade gar nichts! Auch schön! Eins! Zwei! Drei! Drei! Vier! Fü- Fuck! Äh... Sechs! Okay, was ist hier das Ziel? Hier! Double Kill! Oder auch nicht! Äh... Verdammt! Ja! Huah! Los aus den... Ding! Du... Fettigstück Scheiße! Nein! Eh.... Haia! Uaah! Uaah! Ja! Weil, wir sind ja eigentlich verwund... ...net. Nee! Du erreichst mich nicht! T-Tig erreicht uns nicht! Nee, nee, du kannst mir gar nicht! Oh nein, oh nein! Meine Pumperse! Oh Gott, halt dich schon wieder! Oh Gott, halt dich! Oh nein! Oh nein! Rammel! Zu dir! Oh Gott! Warte nur! Welcome to my brand new website! Nö! Äh, äh! View Replays! Das, das! Das muss ich jetzt sehen! Vier Sekunden, was muss man denn da machen? Huuuuh! Aha! Tja! 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 Ach du Scheiße! Ich hab vergessen die Nachrichten vorzulehren! Tja! 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 Scheiße! Sorry, Leute! Äh, hier! Die Transporter LP hat sich gewinnt! Swat Throw! Von The Next Genius! Magst du eigentlich Swat Throw? Wenn nicht, dann lass ich es künftig! Ich mag Swat... 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 Hm... Swat Throws! Ich mag die wirklich, die Level! Allerdings... Nicht die, die... Gleich sind! Also es gibt da tatsächlich sogar meine Favoriten! Zum Beispiel... Wo so eine Kanone da ist! Und du dich da selber reinwerfen kannst! Und mit den Waffen dann rumhantieren kannst! Ah, hier! Genau! Sowas hier finde ich eigentlich relativ langweilig inzwischen! Weil das ist einfach zu einfach geworden! Ich werd's euch zeigen! Hiyaa! 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 Oh oh! Komm, komm, komm! Hiyaa! Timmy! Hiyaa! Hiyaa! Du jetzt noch! Jetzt du! Hiyaa! Oh oh! Oh oh! Ausweichen! 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 Wuhuuu! Erstmal drinbleiben? Jaa! Du da! Ohhhh! Siehste? Es ist zu einfach! Also ich find die Level zu einfach! Mäh! Jetzt hab ich das andere Level vergessen! Das sind so Worte von Cory! Egal! Bei dem votet eh jeder! So! Noch eine Map! Eine Map! So! Sieh Transporter LP! Sorcerator! Schon wieder! Sorry, falls du schon die gelbe grüne Version und so weiter schon gespielt hast! Ist dir sicherlich schon aufgefallen, dass die fast komplett identisch sind! Hoffentlich bist du nicht verärgert! Wenn du willst, kannst du diese Map überspringen! Wenn ja! Ja! Äh! Ah! Seatransporter LP! Mal wieder! Also! Das kann sich auch jetzt wer anders in der Map wünschen! Weil inzwischen sind nur noch Maps von Seatransporter LP da! Das sind insgesamt 100 Leute, die mindestens Happy Reads schauen! Also von euch 100 können sicherlich 10, so 2, 3 Maps voten! Das wären an die 3 Parts, glaube ich! Weiß ich nicht! Ich will euch nicht zwingen! So ist es nicht! Also wenn ihr nicht wollt, dann lasst es! Wir sind jetzt hier bei Soul Escape 3 von Kauri 1987! Mal wieder! Und zwar hat sich das der Sohn gewünscht! Und er sagt, du warst ein ganzes Leben lang behindert! Jetzt bestraft die Schicksal dafür! Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir diese Map schon mal gespielt haben! Weil ich war behindert! Nein! 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 Die habe ich doch nicht! Nein! Oh nein! Oh! 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 Ich komm! Hier! Raus! Oh Gott verdammt! Oh! 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 bitte was okay doch nur behindert ist das schwer okay das wird wirklich das letzte level für diesen part sein weil das ist ja mal mega schwer wie haben wir das denn jetzt noch mal geschafft so nicht verdammte scheiße okay okay und noch mal verdammt ich muss hier weg ich bin der delphi ist das brutal schwer ich bin einfach aus der übung und nein 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 okay wir haben noch ein arm das ist gut sehr gut Nein! Auf ein neues. Nö, nicht schon. Bin ich tot? Nö. Oh nein, nein, nein. Oh. Oh mein Gott. Okay. Schön festhalten. Schön festhalten. Nein! 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 Oh Mann. Oh Scheiße. Rapunzel! Oh, die brauche ich eh nicht. Warum habe ich Rapunzel gesagt? Egal. Es hat, es hat gewirkt. Es war der Rapunzel-Zauber. Schön warten. Sprung! Und so bleiben wir. Wir sind eine Schildkröte! Was zur Hölle! Warum ist jetzt bitte schön mein Fuß? Äh? PENIS 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 Fässer, fässer, fässer Und los, was? Boah, wir sind sogar noch im Ganzen Ein Ganzes So, festhalten Festhalten Sehr gut Ich schaff das, ich schaff das Ich schaff das Nein Was hab ich denn falsch getan? Du hast gelebt Also es ist ziemlich alles falsch Nein, nein Oh, oh Oh mein Gott Warum spüre ich eigentlich Schmerz, wenn ich im Rollstuhl sitze Ach ja Ich bin super Opa Ihr könnt mir gar nichts Ich werde meine wahren Kräfte Jetzt Mann, die ist schon vorher da? Die Folge wird sonst zu lang Ich muss leider hier stoppen Geiles Level Aber leider können wir es nicht vollenden Tja Naja Ihr könnt auf jeden Fall Ganz viele Maps einsenden Da geht ihr momentan Moment Ich äh Das geht so nicht Muss man hier so ein bisschen Hier so Geht auch nicht Kann ich nicht hier irgendwie Ne, das ist schon voreingestellt Naja Ihr geht auf Diese Seite Die auch Ihr finden könnt Wenn ihr auf meinen Infokanal geht Wo ihr dann so ganz viele Adressen habt Von jeweiligen Naja Internetseiten Auf die ihr zugreifen könnt Wie zum Beispiel auch meine Facebookseite Könnt ihr dann auch Diese Happy Wheels Wunschlist Map Seite von Aiklikler betreten Und dort könnt ihr dann Einfach Äh Euch per Google Account Falls ihr einen habt Das ist natürlich die Hauptsache Ähm Könnt ihr dann auf Map einsenden gehen Und bei der Map einsenden Gebt ihr einfach Irgendeinen Namen ein Den Autor der Map Und Ihr müsst die Level ID Eingeben Die ihr sofort Hinter der Naja Hinter dem Level Namen habt Ihr könnt auch eure eigene Maps einsenden Auf jeden Fall Kein Problem Und ihr könnt dann sofort Auch eine Nachricht an mich schicken Die ich heute vergessen habe Alle vorzulesen Leider Oh Entschuldigung nochmal Und äh Das war's von mir Bis zur nächsten Folge Ihr wollt mehr? Na dann abonniert mich doch einfach Dann seid ihr immer auf den neuesten Stand Und wenn euch das Video gefallen hat Dann lasst doch ein Like da Das würde mich auf jeden Fall unterstützen Oder zeigt das Video einfach euren Freunden weiter Pause Und vielen Dank fürs Schauen Das war's von mir Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal